Der Krieg Hermann war nie bereit für eine neue Zeit. Hermann war ein Deutscher, war auch in Stalingrad. Sein Körper kam nach Hause, seine Seele ließ er da. Beim Aufbau seiner Heimat war er tischdick dabei. Doch neue Ideale prallten von ihm ab. Hermann war nie bereit für eine neue Zeit. Ja, Hermann war nie bereit für eine neue Zeit. Hermann war ein Deutscher und konnte nicht verstehen, warum so viele Fremde in seinem Lande sind. Hermann mochte Kultur, ja, aber dann in Deutsch. Und vieles von früher war doch gar nicht falsch. Hermann war nie bereit für eine neue Zeit. Ja, Hermann war nie bereit für eine neue Zeit. Hermann war ein Deutscher aus einer üblen Zeit mit falschen Idealen. Oh, Hermann tut mir leid, so liebte er sein Leben, wie er es richtig fand. Hermann war ein Deutscher und nur ohne Verstand. Hermann war nie bereit für eine neue Zeit. Ja, Hermann war nie bereit für eine neue Zeit. Mmann war nie bereit für eine neue Zeit. Hermann hat heute Nachwuchs, heißen Roland, Martin, Jane Behütet, aufgewachsen, nie einen Krieg gesehen Schreien laut, sieg heil und wissen nicht warum Folgen falschen Führern, bleibe liebig dumm Denn sie sind nicht bereit für eine neue Zeit Ja, Hermann war nie bereit für eine neue Zeit Doch wir, wir sind bereit für eine neue Zeit Ja, wir, wir sind bereit für eine neue Zeit Und übrigens, meine Schwiegertochter ist Türkin Und das ist gut so Ja Untertitelung des ZDF, 2020